Er kam im Dienstwagen, nicht im Taxi, aber er weiß, wie die Branche tickt, nicht zuletzt, weil er oft Taxi fährt und überall, wo er unterwegs ist, mit dem Fahrer spricht. Häufig ist das in Ihrem Gewerbe gar nicht mehr so präsent oder der Öffentlichkeit nicht so präsent, denn wenn man an einem Flughafen aussteigt oder an einem Bahnhof ankommt, das Erste, was man dann benutzt, um zum Hotel oder zum Veranstaltungsort zu kommen, ist häufig das Taxi. Und wenn einen dann ein gut gepflegtes Taxi erwartet mit einem freundlichen Fahrer oder Fahrerin, dann ist das immer eine schöne Sache. Und im Übrigen nutze ich das auch immer, um zu fragen, wieso die politische Befindlichkeit ist, weil die Taxifahrer sagen an der Regel die Wahrheit. Und da erfahren Sie auf dem Weg vom Flughafen ins Hotel meist mehr als auf den ganzen offiziellen Veranstaltungen, die wir so besuchen. Denn die Taxifahrer kommen ja mit viel mehr Menschen in Kontakt und wissen sehr genau, wie der Puls der Bevölkerung tickt und die geben das auch ehrlich weiter. Niemand weiß, wie die nächste Regierung aussehen wird. Deshalb ist für jeden Verband ein guter Draht zu allen relevanten politischen Kräften wichtig. Auch hier gilt, verlässlich ist modern. Wir haben natürlich mit dem öffentlichen Straßen-Personenverkehr, mit dem Taxi eine überragend wichtige Funktion. Sie ergänzen die anderen öffentlichen Verkehrsmittel. Und das Taxi bietet eben gerade zeitlich und örtlich eine flexible Beförderungsleistung von Tür zu Tür. Diese Beförderungsleistung könnte aber auf der Kippe stehen, wenn bestimmte Rahmenbedingungen zu Ungunsten des Taxis geändert würden. Darum das Gesprächsangebot und der Appell des BZP. Beziehen Sie uns bei den Sachen intensiv ein. Ich denke, dass wir sehr wohl mit unserer Erfahrung, mit unserer Fachkunde und mit unserem Detailwissen, dass es gerade an dem Thema Mobilitätsabsicherung generell sehr viel, wo kleine Stellschrauben, die man vielleicht aus der Ferne einer Bundespolitik gar nicht so im Detail auf dem Schirm hat, wo man genau aufpassen muss, muss man hier nicht einfach großzügig etwas wegräumen, von dem man die Relevanz im Detail nicht zur Kenntnis genommen hat. Ein solches Detail? Bürgerbusse beispielsweise. Oftmals schlafen diese Initiativen nach wenigen Jahren wieder ein. Da wäre es manchmal idealer zu sagen, wir versuchen eigentlich eine Bürgerbus-Lösung mit dem gleichen Einsatz von Mitteln mit dem Gewerbe zu betreiben. Der Staatssekretär hörte aufmerksam zu. Diese Botschaft, wie viele andere, nahm er mit.